Hallo, heute einmal in eigener Sache ein kleiner Video. Unsere Agentur, die 4M-Agentur für Online-Marketing und digitale Kommunikation sucht DICH. Wir suchen die eierlegende Wollmichsau. Wer sind wir? Mein Name ist Karl-Peter Fischer, für die mich nicht kennen. Ich bin seit 22 Jahren Inhaber und Geschäftsführer der 4M-Agentur für Dialogmarketing und digitale Online-Kommunikation im Münchner Westen. Genauer gesagt in Greffelfing. Unsere Agentur ist Inhaber geführt von mir und meiner Kollegin Petra Körner. Und unser Fokus liegt seit Jahren auf eShops, Magento und Shopware, sowie anspruchsvolle Webseiten. Und wir arbeiten im Full-Service. Das heißt von der strategischen Konzeption, von der Planung, von der Programmierung, Webdesign, Content-Text und Traffic-Betreuung. Alles aus einer Hand. Und natürlich die Verzahnung unserer eShops für unsere Kunden mit relevanten Social-Media-Kanälen. Content, Content-Management, Fotografie etc. etc. Ja, und genau dafür suchen wir DICH jetzt. Wir suchen nämlich eine Person, Männlein oder Weiblein, sehr interessiert, für die Betreuung unserer Kunden, eShops und am besten gleich. Ja, worum geht es? Wie bereits gesagt, Kundenbetreuung, Content-Eingabe, Gestaltung der Shops oder Webseiten, die dann einfach ab und zu mal so mitkommen. Nicht unbedingt einen Programmierer. Also du musst nicht unbedingt Programmierer sein, aber jemand, der oder die Lust hat, weiterzulernen und der ein gutes grafisches Gespür hat, sich mit HTML5 auskennt, CSS, SASS, natürlich WordPress, der oder die Erfahrung auch mitbringt, vielleicht im Responsive Design. Photoshop, Illustrator, optional PHP, JS, Juguery mitbringt. Und die Person, die wir in Shopware oder Magento dann eben auch aufbauen können. So wild ist es nicht. Wir suchen jemanden, der lernwillig ist, der ins Team passt, der einsteigt und der sagt, okay, die Betreuung eurer Kunden, das ist genau mein Ding. Kundenkontakt, Shopware, Magento, Shops pflegen, aufbauen, Ideen dafür entwickeln. Ja, und bezüglich der Zusammenarbeit und der Monetarisierung sind wir offen. Wir als 4M haben uns vorgestellt, Arbeitszeit pro Woche 30 Stunden, aber, und das ist wichtig, weil wir schon die Erfahrung gemacht haben, jeden Tag. Also du solltest jeden Tag verfügbar sein, am besten zwischen 9 und 15 Uhr oder 10 bis 16 Uhr. Das heißt, die Arbeitszeiten können wir gerne auch noch regeln und später kannst du auch, wenn das alles funktioniert und klappt, auch tagesweise von extern zuarbeiten und uns als digitaler Nomade vielleicht auch dann helfen, diese Shops zu betreuen. Also wenn du Lust hast, melde dich und bitte zeitnah, weil wir das ganz dringend suchen bei uns. Wir sind die 4M Multimedia Marketing Management GmbH, abgekürzt die 4M, in der Freihammerstraße Nummer 2 in Gräfelfingen, 82166, das ist der Münchner Westen. Unsere Webseite ist die www.4m-marketing.com. Und mein Name ist Karl-Peter Fischer und du kriegst mich am besten mobil unter meiner Nummer 0171 358 2159. Ich wiederhole 0171 358 2159. Und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn du dich dafür interessierst und wenn du bei mir anrufst und wir gemeinsam praktisch die Punkte absprechen können, ob es für dich interessant ist und ob es dir Spaß macht. Also wir würden uns freuen, dich im Team begrüßen zu können und bis demnächst. Liebe Grüße, euer Peter. Danke fürs Zuhören.